So, Hallihallo, ich gehe einkaufen, mal wieder. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung hier in Mexiko. Ich wollte euch mal ein bisschen über die Straßen zeigen. Und zwar, da hinten ist eine Straße. Na, hier irgendwo ist eine Straße. Ah, ich bin schon wieder süß hier verballert. Ich könnte ja auch mal da lang gehen, da bin ich noch nie lang gegangen. Moment, das zeige ich euch jetzt noch. Hier ist so ein Spielplatz. Genau da. Von da hinten komme ich. Und es wird langsam dunkel. Wie spät ist denn das jetzt? 18 Uhr noch was, glaube ich. Es kommt mir immer vor, als hätten wir mitten in der Nacht, weil es so schnell dunkel hier wird immer in Mexiko. Das ist unglaublich. Also jetzt, weil Winter ist halt auch. Aber es kommt eigentlich nicht vor wie Winter, weil es halt übertrieben warm ist. So, wo sind wir hier? So sieht das hier alles aus. Leider ist die Qualität der Kamera jetzt nicht so geil in dem Licht. So. Naja, ich laufe einfach mal mit euch hier ein bisschen rum. Jetzt sind wir mal so nah dran, ey. Scheiße, dass ich meinen Selfie-Stab nie dabei habe. So ist schon viel cooler. So, hier sind wir an der Hauptstraße. Wie man sehen kann, da hinten ist auch McDonalds. Sieht man das? Ne. Da sieht man gar nicht von hier. Naja, auf jeden Fall, hier ist die Hauptstraße. Und ich laufe jetzt in die Richtung. Ich laufe nämlich jetzt zu Chedraui, wo es wundervolle Früchte gibt. Und ich wollte mir jetzt Scher-Samen holen, weil die ja so mega gesund sind. Ich habe das total vergessen. Einfach, dass ich mir mal so ein Löffel immer einen Smoothie rein mache. Jo. Und Wasser unbedingt. Ich habe nichts. Ich bin richtig vertrocknet. Hier ist auch so ein Supermarkt. Extra ist sowas wie, wie hieß denn das andere nochmal? Ochs so. Ja. Zuschauen Sie mal. Oh, das könntest Du. Oh, das bl snakeshst Hm. Tschüss. Ja. Vielen Dank. Hallo, mal wieder. Ich habe mir überlegt, ich möchte euch heute erzählen, wie ich aufgehört habe zu rauchen. Jawohl, weil das passt ganz gut in mein Thema. Ich bin ja auch gerade wieder am Fasten und ja, ich will euch einfach mal sagen, dass das Aufhören zu rauchen eigentlich eine ganz leichte Sache ist. Es ist nämlich nur eine Entscheidung, die ihr treffen müsst und der Wille dahinter zählt natürlich. Ich will euch kurz meine Geschichte dazu erzählen und zwar, also ich bin 29 Jahre alt und habe vor ungefähr fünf Monaten... Hallo, Hallihallo, wie geht's denn so? Ein neuer schöner Tag ist angebrochen und heute scheint auch endlich mal die Sonne. Ich werde euch nachher mal den Strand zeigen, wie es aussieht, wenn die Sonne scheint. Ihr werdet sehen, also ich hoffe, dass nicht so viele Algen da sind und dann werdet ihr sehen, dass es eigentlich richtig paradiesisch aussieht. Weil im letzten Video, das war ja total das schlechte Wetter und überall Algen und so, das sah ja aus wie an der Ostsee. Naja, und auf jeden Fall, ich gehe jetzt gerade zur Bank. Ich tausche jetzt 500 Euro in Pesos. Letztes Mal habe ich so 9000 noch was Pesos bekommen dafür. Also 1 Pesos, also 1 Euro liegt jetzt bei 18,60 Euro, glaube ich. Das ist der Kurs. Und besser als letztes Jahr auf jeden Fall für mich dieses Jahr. Und ja, danach gehe ich wahrscheinlich noch zur Wäscherei, meine Sachen wegbringen. Das mache ich alle zwei Wochen normalerweise. Und da zahle ich dann, wie viel zahle ich? Oh Gott, lasst mich überlegen. Sagen wir mal noch nicht mal 10 Euro, glaube ich. Ich werde nachher mal gucken, wie teuer das ist. Das werde ich euch dann auch sagen. Aber es ist auf jeden Fall mega günstig und super praktisch einfach. Weil ich habe ja auch keine Waschmaschine. So, genau. Und das ist jetzt mein Plan. Ach ja, und was ich noch sagen wollte. Er hat mir geschrieben. Ich habe euch ja erzählt, dass mein Typ da vom letzten Jahr, der war ja jetzt an so einem Surfturnier und jetzt ist er wieder da und ist jetzt am Strand arbeiten. Er ist ja auch Rettungsschwimmer. Und ich bin total nervig, wie viel das gleich wird, wenn ich ihn wieder sehe. Oh Gott, ey. Scheiße. Ich schäme mich auch, Mann. Ich bin weiß und fett. Ich weiß gar nicht. Da denke ich wahrscheinlich, was will die überhaupt nicht. Ich will die gar nicht sehen. Aber er hat mir geschrieben und hat gesagt, hey, ich bin Playa Chagmoy und wenn du Bock hast, dann kommst du da hin zum Begrüßen. Naja, nicht so, aber anders, hat er schon gesagt. Ich lege jetzt mal ab und mache die Mucke. Ich muss die beiden nicht reden. Es ist gar nicht warm, Alter. Ja, laufen wir mal hier. Auf jeden Fall, heute ist richtig geiles Wetter und meine Mission ist heute einfach nur braun werden. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber müsste eigentlich klappen. So. Das hier ist übrigens so was wie ein Febrastreifen. Einfach rüberlaufen. Aber aufpassen, es könnte auch sein, dass die Autos sich überfahren wollen. Oh, ist das schön heute. Das ist so krass, ey. Endlich mal geiles Wetter. Das war so lange nicht mehr so schön. Hier ist die Umgebung. Hallo, gracias. Ja, die wollen dann hier auch mal Sachen andrehen, so Touren und so. Hier gibt es ja voll viel zu machen, wie zum Beispiel zu Czenoten fahren. Das sind so eine Unterwasser-Felsen-Gewässer, wo man dann tauchen kann, so ein bisschen rumschnorcheln. Und naja, ist ganz cool. Da war ich ja mit Nora letztes Jahr. Jetzt zeige ich euch mal Bilder. Ah ja, kann ich ja mal einblenden. Und was gibt es noch? Oh, es gibt so viel. Es gibt ja die Pyramiden, auch die ich mir noch nicht angeguckt habe. Ich Esel. Ich habe mir fast nichts angeguckt. Weil ich bin ja auch nicht hier zum Reisen, muss ich sagen. Ich bin ja jetzt wirklich... Ich hatte zwar erst vorzureisen, aber ich bin ja jetzt hier wieder zum Leben einfach nur. Einfach nur günstig leben, damit ich mit meinem gesparten Geld, was ich euch gesagt habe, ich hatte 5000 Euro gespart, damit ich da drei Monate hier leben kann. Und davon habe ich aber auch schon zwei Riesen ausgegeben. Also seht ihr ja, was da übrig bleibt. Und ich kriege dann wieder das nächste Geld in der Schweiz, also nach der Schweiz. Und ich gehe am 12. Januar bis zum 10. Februar in die Schweiz. Und dann verdiene ich wieder so viel oder kann so viel sparen, dass ich in dreieinhalb Monaten auf Mallorca gespart habe. So, ich bin jetzt bei der Bank Santander. Und genau, die gibt es auch auf Mallorca. Und da gehe ich jetzt rein und melde mich einfach später nochmal. Tschüssi. So, jetzt war ich gerade Geld wechseln. Habe bekommen für 500 Euro 9300 und paar zerquetschte Pesos in der Bank. Jetzt gucke ich nachher nochmal, wie viel ich letztes Mal bekommen hatte für 500 Euro. Hatte ich nämlich schon mal getauscht. Also ich habe jetzt quasi 2000 Euro getauscht insgesamt. Und habe davon ja Miete und so schon bezahlt. Also ich bin eigentlich mit 100 Euro für eine Woche hingekommen. Ich glaube, ich gebe halt, ich weiß gar nicht, wo was ich eigentlich Geld ausgebe. Eigentlich ist alles super günstig. Auf jeden Fall habe ich mir auch vorgenommen, ich werde mal aufschreiben, was ich so an Geld hier ausgebe für was. Und dann werde ich euch das später alles erzählen. Und dann, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr auch sowas mal vorhabt, mal nach Mexiko zu gehen, dass ihr ungefähr wisst, wie teuer hier alles ist und so weiter. Das mache ich dann später, irgendwann am Ende oder so. Na gut, dann, ich gehe jetzt kurz nach Hause, bringe die Kohle weg, weil ich keinen Bock habe, das mitzuschleppen. Und dann gehe ich zum Strand. Oh Gott, ich bin schon so aufgeregt. Scheiße. Was ich hier entdeckt habe, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Ich habe mich gerade nämlich erschrocken. Auf einmal rennt der da los. Seht ihr den? Ein Leguan ist das. Guck mal. Oh, der steht da auch. Ob der mich beißen kann? Nee, ne? Beißen können die, glaube ich, nicht, aber wie er da steht. Wer guckt? Hallo? Hola, gitarre. Was los? Qué pasa? Qué haces? Was macht der da? Na egal, auf jeden Fall wollte ich euch den mal zeigen. Der ist schon sehr groß, muss ich sagen. Und der läuft hier einfach so über die Straße, ne? Na gut, ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin ja immer noch auf dem Weg. Tschüssi. Obwohl, kann ich vielleicht noch näher ran? Ich habe ein bisschen... Nee, ich glaube, der mag das nicht. Der denkt erst, was macht die Alte da. Na gut, ich gehe jetzt so weiter. Tschüssi. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt, um die Frage auch zu klären. Und zwar, letztens habe ich in der Wechselstube hier gewechselt. Und da habe ich für 500 Euro genau 9.175 Pesos bekommen. Und heute habe ich auch nochmal 500 Euro gewechselt, aber bei der Bank. Und da habe ich bekommen 9.325 Pesos. Das heißt, ein paar Pesos mehr, über 100 auf jeden Fall. 150, ne? Ja, 150 Pesos habe ich jetzt mehr. Das sind, naja, das sind 7 Euro oder so, ne? Sage ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, ich mache mir jetzt startklar. Ich habe hier mein Smoothie, übrigens heute. Das ist ein Liter Smoothie, was ich mir einfach mal gebe morgens. Und da ist drinnen ein Apfel, nee, gar nicht. Zwei Äpfel und, weiß ich, ein paar Erdbeeren, 7 Erdbeeren oder so. Und ein bisschen Honigmelone. Ja, und das war's. Das mache ich dann durch den Mixer. Und dann kommt da ein Liter raus. Das haue ich mir dann rein. Schmeckt übrigens sehr geil. Und dann kann ich fit, vital in den Tag starten. Und wie gesagt, heute meine Mission Sonne tanken und braun werden. Hoffentlich erfolgreich. Ja, werden wir sehen. Ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Und den Strand mal filmen gleich, wenn die Sonne scheint. Ist bestimmt ganz schön heute am Strand. Ich fahre gleich zum Playa Chakmoy. Um eins werde ich da sein, um halt Ulises dann da zu treffen. Und ich freue mich total und bin ganz gespannt schon. Na gut, ich berichte. Bis später. Tschüssi. Tschüssi. Musik 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 So, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade im Flyer Schalk 9 und alles gut. Ich bin glücklich, hier zu sein, aber ich habe jetzt erfahren, dass es jetzt mit den Bällen wirklich so krass ist, dass es keine gibt, also es gibt keine Bällen. Und ich habe jetzt noch nie mein Leben gerufen, ich bin ganz lieb. Aber angeblich im November wieder los. Ich zeige euch mal den Vergleich. Ich blende gleich mal ein Bild ein, wo ich im März hier war, wie krass im März war. Jetzt sieht es eher so aus wie so ein Karusischmann, ruhig, ne? Aber ihr müsst mal sehen, wie das Außer im März so richtig geile Bällen war, wo das Wasser richtig klar war, keine Alge am Start. Nichts los, keine Menschen. Nur eine Person. Okay. Er ist der Einzige. Ich bin eine Person. Ich bin eine Person. Und wo das Ganze nicht so geht. Aber wo ich das letzte Mal hier war, im Dezember, da war ich hier los. Äh, im März. Was da war ich im Dezember, im März. Und äh, genau. Da gehen wir jetzt hin. Und ich freue mich einfach hier zu sein. Also, man sieht, es gibt Musik hier. Aber... Aber ähm, nicht so viele Leute, wie man sehen kann. Ich bin auf jeden Fall hier gerade auf dem Lifeguard-Turm. Und das für meine Lifeguard-Freunde. No, gracias. Und er auch. Hola. Hola. Und das ist hier die Aussicht. Ist auf jeden Fall krass. Es ist wirklich so anders als im März. Aber es ist schön. Es ist schon schön. Und es ist auch schön, wieder hier zu sein. Das ist mein Stammplatz. Wie nennt man das eigentlich? Diese Türme hier. Und die chillen hier. Wir haben gleich Ferien an. Und dann gehen wir da hinten hin. Geradeaus durch. Und dann kommt der Bus. Und nimmt uns mit. Ich sage. Alex. Hola. Hola. Das sind super Leute. Ich liebe diese Jungs hier. Hola. Hola. So. Der Tag ist vorbei fast. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich war heute am Strand. Wie ihr gesehen habt. Und der Tag war einfach nur so, so cool. Weil ich halt den Mann wieder gesehen habe. Mit dem ich ja hier viel Zeit verbracht hatte. Sag ich mal. Und das war richtig cool. Wir haben gechillt die ganze Zeit am Strand. Also er hat gearbeitet. Aber es war gar nichts los am Strand. Jetzt sieht es auch aus wie Karibik. Also vom Strand her. Weil das Wasser ist ruhig. Und was ist denn hier los? Ich zeige euch jetzt gleich mal was. Ah. Ah. Hier ist wieder irgendeine Action. Und zwar. Naja. Auf jeden Fall ist das Wasser total ruhig. Es gibt keine Wellen. Ich habe heute auch endlich die anderen Live Cars gesehen. Und so. Und hab mich mega gefreut. Und dann hab die dann auch alle gefragt. Was ist hier los am Strand? Der Strand sieht anders aus. Es sind total viele Algen vorhanden. Keine Wellen. Und die meinten halt das kommt. Also Ulisses meinte halt zu mir. Das kommt im November ungefähr. Oder Oktober geht schon los. Und äh. Das ist einfach kein Vergleich. Mit dem wie ich das. Äh. Von dem wie ich das kenne. Hast irgendwie so in Straßen und so. Hier ist übrigens so ein kleiner Park. Wo ich gerade entlang laufe. Und äh. Ich. Achja. Ich gehe jetzt zur Wäscherei. Und ähm. Ich habe übrigens die Wäsche abgegeben. 60 Pesos habe ich bezahlt. Für so eine Tüte. Das sind 2 Euro. Oder was? Ne 3. 3 Euro oder so. Ist so geil. Das ist mega praktisch. Das habe ich mir auch richtig abgewöhnt. Dass ich keine Wäsche mehr selber wasche. Sondern die einfach immer wegbringe. Weil es ist dann viel praktischer. Mit den ganzen bunt und weiß und schwarz und so. Zumal ich ja nie eine Waschmaschine habe. Wenn ich irgendwo bin. Und bei anderen Leuten waschen. Ach du. Dann bringe ich das über weg. Jo. So. Hier seht ihr übrigens hinten. Will ich euch mal zeigen. Da hinten ist so ein Platz. Habe ich glaube ich schon mal gefilmt irgendwann. Genau. Und hier ist auch meine Wäscherei gleich. Also quasi eine Minute zu Fuß. Ich wohne hier wirklich zentral. Hier ist alles in der Nähe. Hier sind auch Bars in der Nähe. Hier ist zum Beispiel auch eine Bar hier rechts. Ja. Das ist halt ganz anders wie in Deutschland. Das kann man so jetzt nicht vergleichen. Na ja. Ich gehe jetzt zur Wäscherei. Wo waren die da? Ah ja. Da vorne. Das ist auch so ein Restaurant. Das ist auch so. Das ist auch so. Hier ist meine Wäscherei. Seht ihr da ne? Genau. Und da gehe ich jetzt rein. Die Wäsche abholen. Hier seht ihr auch mal den Plaza Las Palafas. Wo ich wohne quasi. Hier ist alles mögliche Stände mit Schmuck. Und ganz viele Essensstände da hinten auch. Und hier haben sie irgendwas aufgebaut, was man sehen kann. Da geht gleich irgendwas wieder los. Heute ist Donnerstag. Keine Ahnung, was es sein könnte. Ob die das jeden Tag noch nicht machen. Weil ganz ganz oft ist hier irgendwas. Festival de la Biblia. Ah. Okay. Verstehe. Genau. Und dann sehen wir hier. Es sind ein paar Leute unterwegs da hinten. Weil es ganz viele Essensstände und so. Und ja, die sind gerade am Aufbauen. Die meisten. Das ist so typische mexikanische Musik, was gerade hier rief. Die sind schon wieder weg. Genau. Was gibt es hier noch? Hier sind zwei Püße, die ich jetzt mal rief. Hallöle. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. War gerade bei der Wäscherei meine Sachen holen. Habe übrigens für den Beutel, will ich euch mal zeigen. Das jetzt nicht so viel geht. Aber ne. Ist schon Unterwäsche drinne von der Woche. Von zehn Tagen, die ich jetzt hier bin. Bettbezug und so. Und die Falten ist halt immer so schön. Das ist super geil. Und dafür habe ich jetzt bezahlt 60 Pesos. Das sind einfach mal drei Euro ungefähr. Also gar nichts. Richtig gut. Und die Wäscherei ist zu Fuß drei Minuten von mir. Ja. Also der Tag war richtig, richtig schön heute. Ich bin mega glücklich. Weil ich ja die ganze Zeit nicht wusste, wie es sein wird, wenn ich ihn wiedersehen werde. Es war echt schön. Also wir saßen dann da ewig, haben gechillt. Dann sind wir später zum Gavirta, zum anderen Strandabschnitt gegangen. Weil da der Lifeguard Bus uns dann abgeholt hat. Und da war dann der Alex noch. Und Alex ist so ein toller, toller Typ. Ich mag den so. Der ist so lustig irgendwie. Er spricht halt nur Spanisch. Finde ich aber auch gut. Weil ich muss mit ihm Spanisch sprechen. Da bin ich dann quasi gezogen. Und da lerne ich auch mal viel bei. Weil wenn ich dann irgendwie irgendein Wort nicht weiß. Und dann frage ich halt Ulises. Sag ich, ey Ulises was? Dann übersetzt er kurz auf Englisch. Und dann kommunizieren wir so. Aber ich gebe mir halt Mühe, dass ich alles verstehe. Weil er selber ja kein Englisch spricht. Und wenn kein Ulises mal da ist im Moment. Da muss ich halt irgendwie mit Hände und Füßen mich mit ihnen unterhalten. Ja. Und ansonsten was gibt's noch? Ah ja. Ulises hat mir das Band hier gegeben. Seht ihr das? Von seinem Sponsor. Squarlo. Ist sein Sponsor. Weil er war ja da bei diesen Bodyboarden. Und da steht auch True Freedom drauf. Hashtag True Freedom. Finde ich geil. Und das hat er mir einfach umgemacht. Das fand ich total niedlich. Er hat mir letztes Mal auch schon dieses Band hier geschenkt. Das hatte ich ja auch mal getragen. Acapulco. Weil er aus Acapulco kommt. Und ich freue mich einfach. Nee, ist echt schön. Ja. Also was daraus so wird, weiß ich halt nicht. Ne? Aber es ist auch nicht wichtig. Man muss nicht immer gleich in die Zukunft in 10 Millionen Jahren vorausschauen. Und einfach den Moment genießen, sage ich immer. Und wenn man sich da nicht so sehr reinsteigert und sich nicht so Gedanken und Sorgen macht, dann hat man eine schöne Zeit zusammen. Und dann ist das voll in Ordnung, sage ich mal so. Jo. Was gibt's noch? Wetter war heute mal wieder schön. Endlich mal wieder Sonnenschein. Richtig, richtig toll. Ähm. Der Strand ist trotzdem noch seltsam, wie gesagt. Ich komme darauf einfach nicht klar, dass der Strand so anders aussieht. Keine Wellen. Voll viele Algen. Also für mich gar nicht mehr so unglaublich krass schön. Ich meine, es ist jetzt schon Karibik-Style. Es ist halt mehr wie ein Playa del Carmen. Ich weiß nicht, vielleicht wart ihr schon mal in Playa del Carmen, einer von euch. Der Strand ist da halt auch ein bisschen anders. Und so, finde ich, ist der jetzt so ähnlich. Obwohl im Playa del Carmen das Wasser noch dunkler ist. Noch mehr Algen da sind. Glaube ich. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Ja. Okay. Okay. Es sieht aus wie ein Knastchen. Wenn man die Tür da hinten sieht, das so. Ich habe mich daran gewöhnt. Guckt mal. Mein Bett. Oh mein Gott. Ich komme mir auf. Das ist auch wie so ein Knastzimmer hier. Das ist echt, echt crazy. Seht ihr, ne? Oh fuck. Aber man könnte sich das gemütlich machen, wenn man hier ein paar Regale hinstellt und sich ein bisschen was einrichtet. Und ich habe heute auch meine Vermieterin gefragt. Ich habe gesagt, mir fehlt da irgendwie ein paar Schubladen oder irgendwas, wo ich was draufstellen kann. Kann ich sein, dass ich alles auf dem Boden habe oder mein Koffer. Und sie meinte, sie bringt mir noch was. Naja, das finde ich halt auch super nett, wenn die das macht. Dann bin ich sehr zufrieden schon mal. Und ansonsten bin ich eh sehr viel draußen. Und abends, wenn ich zu Hause bin, bin ich nur vor dem Rechner und schneide irgendwas oder so. Von daher kriege ich das doch gar nicht mit, was dann in meiner Umgebung los ist. Und soweit fühle ich mich jetzt auch wohl. Okay. Soviel zum Tag. Es war ein wunderschöner Tag. Morgen werde ich zum Playa Delfines gehen, weil da Ulysses sein wird mit Mike und Alex. Und die Kombi ist einfach der Wahnsinn. Die sind so lustig. Das ist so lustig mit denen. Und naja, das wird toll. Okay, darauf freu ich mich. Okidoki, tschüssi. Bis dann.